Sonntags um 19 Uhr findest du eine schöne SSB-Runde in Berlin-Brandenburg, wobei wir bei der Auflistung der Brandenburger Funke-Runden wären. Ein Gateway auf Kanal 39 von via tsvois-radiobunker.de findest du in Angermünde. In Cottbus wird auf dem Kanal 12 gefunkt. Weitere zwei Gateways findest du in Lauchhammer auf Kanal 45 und im Lausitzring Kanal 6. Jeden Samstag um 19 Uhr trifft sich die AM-Runde Dame Spreewald auf dem Kanal 4. In Oranienburg auf Kanal 26 und 27 und dem Kanal 20 wird um 18.30 Uhr gefunkt. In Seeloh-Oderbruch wird ab 8 Uhr auf Kanal 26 gefunkt. Sprehmberg, Senftenberg, Lukau und Lauchhammer treffen sich um 18 Uhr auf Kanal 13 und 36. Auch auf den Kanälen 1, 3 und 5. Eine weitere SSB-Runde befindet sich südlich Brandenburgs Niederlausitz auf dem Kanal USB-72. Liebe Funker-Freunde aus Strausberg treffen sich ab 19 Uhr auf den Kanälen 7 und 12. Weiterhin befindet sich ein Gateway in Bergen auf der Insel Rügen auf dem Kanal 41. Viel Spaß beim Funken und allzeit guten Empfang wünscht euch eure Arni. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.